Orbital Supermax Episode 3 Gelesen von Cecilia Wings Befehlshaber über eine Armee von entflohenen Häftlingen zu sein, war nicht halb so glorreich, wie Nyland es sich gedacht hatte. Nicht, dass er sich das jemals vorgestellt hätte. Aber wenn man dem Schutz besagter Insassen zugeteilt ist, lässt sich die Fantasie schon mal ein wenig hinreißen. Nun, da durch den Piratenangriff jeder höhere Offizier auf der Station getötet worden war, wurde vom Computer die Verantwortung des Gefängnisses an die Psychiaterin übertragen. Und als ihr ranghöchster Patient fand sich Nyland in einer pseudo-verantwortlichen Position wieder. Seine blaue Offiziersuniform stand in einem krassen Gegensatz zu dem Gefängnisorange, das von allen anderen in der Gruppe getragen wurde. Mit Ausnahme von Kayla Wyrick, der besagten Psychiaterin. Er gab sich keiner Illusion hin und wusste, dass die Dinge aus dem Ruder laufen könnten, sobald die neuen Waffen, die sie ihnen aus der Waffenkammer besorgt hatte, langweilig werden würden. Der Trick, um zu überleben, war es, diese Verrückten zu beschäftigen. Wes Morgan, der von ihnen gerettete Söldner aus dem Hochsicherheitstrakt, würde versuchen, genau das zu tun. Vor dem Frachtenaufzug drängten sich Morgan, Wyrick und Cronock um Wyricks Notepad. Der Söldner erwies sich als Hacker-Experte, der dieses Bürospielzeug nutzte, um sich Zugang zum Gefängnisnetz zu verschaffen. Bilder vom erst kürzlich reparierten Flugdeck leuchteten auf dem Bildschirm auf. Beim anfänglichen Angriff wurde es entlüftet, sagte Nylund. Es sieht so aus, als hätten es die Piraten, die die Station angegriffen haben, repariert und die Gravitation wiederhergestellt. Sie konnten einige Piraten sehen, die in kleinen Gruppen zusammenstanden, während Landelichter einen Abschnitt des Flugdecks beleuchteten. Ein großer Frachter manövrierte durch das blau schimmernde Luftschild. Er sah aus, als wäre er aus Teilen anderer Schiffe zusammengeschustert worden. Eine große, festmontierte Partikelkanone ragte über den Bug, bemalt, um wie das Horn einer wilden Bestie zu wirken. Unglücklicherweise wurde die Illusion der Wildheit durch zwei unverhältnismäßig kleine Flügel geschmälert, sodass das Schiff weniger einem Raubtier als einem Truthahn mit einem Horn glich. Oh, es sind die Docks, sagte Morgan grimmig. Sein Finger deutete auf einige Graffiti an der Seite des Frachters. Die Docks? fragte Nyland. Die Nova Docks. Das bedeutet Ärger. Schwer bewaffnet und ohne Moral. Dazu haben sie noch viel zu dicke Brieftaschen für Piraten. Kann ihn behalten? grunzte Kronok. Den wollen wir uns nicht anschließen. Als er den Blick sah, den Wyrick und Nyland ihm zuwarfen, zuckte er nur die Achseln. Wenn ihr Loyalität erwartet, dann seid ihr größere Idioten, als ich dachte. Ähm, wir könnten ein Flankiermanöver versuchen, sagte Morgan und ignorierte die Bemerkung. Er nahm es vermutlich als gegeben hin, dass Kronok sich bei der nächstbesten Gelegenheit gegen sie wenden würde. Er änderte den Kamerawinkel auf dem Notepad. Schleicht euch hinter die Gruppe und schlagt zu, bevor sie merken, dass wir da sind. Kronok rülpste laut. Flankiermanöver? Diese Jungs sind keine Soldaten. Du musst mit diesem Haufen in kurzen Sätzen und langsam reden. Ähm, können wir dann nicht einfach versuchen, mit den Piraten zu verhandeln? schlug Wyrick vor. Morgan ignorierte sie. Deine Leute, Kronok, werden keine fünf Minuten gegen die Novadox bestehen. Schon gar nicht bei einem direkten Angriff. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Kronok hämmerte mit der Faust auf den Fahrstuhlknopf und bellte seine Männer an, hineinzugehen. Nyland und Wyrick standen im Hintergrund und fragten sich beide, wie sie überhaupt in diese Situation geraten waren. Wenn ich unbedingt Piraten hätte bekämpfen wollen, hätte ich meinen eigenen Jäger in der UEE haben können, dachte sich Nyland. Doch ich habe meine Wahl getroffen nach meinem Abschluss. Davids Tod hatte ihn davon überzeugt, überall, nur nicht in einem Cockpit zu arbeiten. Die Sicherheit auf OSP-4 war streng. Das Flugdeck war entworfen, um B- und Eineng zu sein. Der Aufzug öffnete sich in einer Schleuse, die einer Todeszone glich. Wachen auf dem Flugdeck konnten durch einen Schlitz an der Wand den Bereich überblicken. Und Nyland wusste von einem Ultraschallgerät in der Nähe der Decke, das alle Personen innerhalb dieses Bereiches betäuben konnte. Glücklicherweise hatten sie Wyrick dabei. Ihre Codes erlaubten es, sowohl die Luftschleusenverteidigung als auch den Fahrstuhlalarm abzuschalten. Es war ein einfaches Unterfangen für Cronox Männern, die wenigen Piraten, die an den Aufzugstüren stationiert waren, zu überwältigen. Dieser kleine Erfolg wurde als Zeichen verstanden, dass sein Plan der beste war. Er schritt wie der Kamm einer orangefarbenen Welle voran und feuerte dabei in alle Richtungen. Die wenigen Piraten, die rund um das Flugdeck verstreut waren, gingen hinter Kistenstapeln in Deckung und erwiderten das Feuer. Bleib hier, sagte Morgan leise und legte seine Hand auf Nylands Brust. Er sah sich um und prüfte die Position der Piraten. Irgendwas stimmt hier nicht. Eine kleine Gruppe Piraten, die gerade im Begriff war, aus dem gepanzerten Frachter auszusteigen, war besser ausgebildet und schwerer bewaffnet als der Rest. Sie schirmten einen großen Mann in einem schwarzen Anzug von der Schießerei ab und drängten ihn die Gangway hinauf zurück ins Schiff. »Lasst eure Waffen fallen!« brüllte er seine Untergebenen an. Nyland konnte an der Stelle, an dem sein Kiefer hätte sein müssen, etwas Glänzendes aufblitzen sehen. Der Rest von ihm war unglaublich muskulös, sodass sein Kopf seltsam klein auf seinen massigen Schultern wirkte. Er hatte langes, schwarzes Haar, das zu dem schwarzen Fliegeranzug passte, den er trug. Das Abzeichen auf seiner Brust zeigte einen Schädel im Rachen eines noch größeren Schädels. Zweifellos eine düstere Metapher für den Anführer eines Rudels Kannibalen. Die Gestalt begab sich in das Schlachtgetümmel und schlug seinen eigenen Leuten die Waffen aus der Hand. Cronog, überrascht und verwirrt durch die plötzliche Kapitulation, musste gespürt haben, dass er keine andere Wahl hatte, als den Beschuss einzustellen. Er wies seine Männer an, sich zurückzuhalten. Wer ist das? fragte Wyrick leise. Morgans Kiefer hatte sich verkrampft. Angespannt erwiderte er. Martin Kilkenny. Sie würden ihm wahrscheinlich einen Gotteskomplex diagnostizieren. Er war für einen von ihm geführten Angriff auf ein Sklavenschiff berühmt-berüchtigt. Statt die Sklaven zu befreien, aßen er und seine Crew sie auf. Danach verkaufte er das Schiff. Wir sind also in ernsthaften Schwierigkeiten. Cronog schien Kilkenny nicht zu erkennen. Und falls er es tat, wirkte er nicht besonders beeindruckt. Wir sind wegen deiner Schiffe hier. Gib uns die Codes, wenn ihr weiterleben wollt. Ich kann dich nicht hören. Komm näher, schrie Kilkenny, während er sich eine Hand hinter das Ohr hielt. Habt ihr das gesehen? fragte Morgan Wyrick und Nyland leise. Er nickte in Richtung der Abfangjäger. Sie folgten seinem Blick. Die beiden Schiffe waren erweiterte OSP-4 Hornet-Jäger. Einige Augenblicke später änderte sich das Licht. Jemand war in der Hornet. Nylands Blick wanderte zur zweiten Hornet. Der Winkel war zu steil, um ins Cockpit sehen zu können. Aber er war sich sicher, dass es ebenfalls besetzt war. Schlimmer noch, Cronogs Gruppe hatte sich genau in den Schussbereich der Schiffswaffen bewegt. Wir müssen Sie warnen, sagte Wyrick besorgt. Morgan sah die Psychiaterin an, als sei ihr gerade ein zweiter Kopf gewachsen. Was denken Sie, werden die Gefangenen mit uns machen, wenn sie ihre Codes nicht länger brauchen, um die Station verlassen zu können, hä? Nein, wir warten hier. Egal, wer verliert. Wir gewinnen. Wir können doch nicht zulassen, dass sie einfach so abgeschlachtet werden, entgegnete Wyrick verzweifelt. Nyland bemitleidete sie fast. Sie kannte jeden dieser Männer in einer Intimität, die nur einen Psychologe besaß. Sie kannte all ihre Geschichten, Träume und Hoffnungen. Es war ihr Job, das Gute aus den Gefangenen hervorzukramen, in der Hoffnung, ihnen bei der Rehabilitation zu helfen. Morgan und Nyland hingegen hatten den Luxus, nur einen Haufen schwer bewaffneter Irrer in orangefarbenen Pullovern in ihnen zu sehen. Sie würden zusehen, wie diese Männer abgeschlachtet werden, ohne auch nur einen weiteren Gedanken an sie zu verschwenden. Aber Kayla Wyrick hingegen konnte das nicht. Es hilft uns gar nichts, wenn die Novadox Cronog und seine Leute kampflos töten, warf Nyland ein. Schön, Wes Morgan schüttelte den Kopf. Schön, bleibt ruhig und folgt mir. Sie hielten sich dicht am Boden und rannten hinter dem nächstgelegenen Jäger. Morgan duckte sich unter den Rumpf und gab Nyland und Kayla das Zeichen, ihm zu folgen. Auf der anderen Seite stand ein Stapel Kisten voller Blastereinschüsse. Zwei tote Piraten lagen ausgestreckt daneben. Sei vorsichtig, sagte Morgan, während er Nyland ein Messer in die Hand drückte. Er zeigte auf einen dünnen Gummischlauch, der aus dem Bugfahrwerk des Jägers baumelte. Darin ist die Hydraulikflüssigkeit für das Fahrwerk. Wenn ich es sage, schneidest du den Schlauch durch. Aber pass auf deine Hände auf, das Zeug ist höllisch giftig. Er drückte seinen Kopf an der Nase des Jägers vorbei und sah zu Cronogs Gruppe. Diese Idioten hatten die an der Front des Jägers montierten Waffen überhaupt nicht wahrgenommen. Mit einem Seufzer hob Morgan sein Gewehr an die Schulter und richtete den Lauf auf das Fahrwerk der anderen Hornet. Leise beobachteten sie die Situation. Bleibt, wo ihr seid, brüllte Kilkenny zu Cronog. Nyland konnte hinter dem Fahrwerk des Jägers kaum etwas erkennen. Wyrick kniete neben ihm. Sie war unbewaffnet, da sie die Waffe, die morgen ihr in der Waffenkammer anbot, abgelehnt hatte. Aus psychologischen Gründen, vermutete Nyland. Er respektierte ihre Entscheidung. Aber das hieß nicht, dass er sich in diesem Moment nicht eine dritte Waffe gewünscht hätte. Denn unter der Hornet kauernd fühlte er sich der Situation hilflos ausgeliefert. Kayla schien sein Unbehagen nicht zu bemerken. Was ist denn mit seinem Kiefer? Psst, halt die Klappe! zischte Morgan. Er deutete mit dem Gewehr auf eine Stelle über Nylands Kopf. Das Cockpit ist genau hier! Wyrick und Nyland blickten hinauf und dann wieder zu ihm. Sie nickten gemeinsam. Ich sagte, wiederholte Cronog lauter als vorher. Wir sind hier wegen eurer... Ich habe dich schon verstanden, sagte Kilkenny. Ich brauchte euch nur genau da, wo ihr jetzt seid. Cronogs Mannschaft war in seine Falle getappt. Jetzt, sagte Morgan scharf. Er eröffnete das Feuer auf das Fahrwerk der anderen Hornet. Das Gewehr ratterte in seinen Händen. Nyland begann, den Schlauch mit seinem Messer aufzuschlitzen. Aber zu seinem Entsetzen bog sich der Schlauch nur. Helle Blitze versinkten seine Sicht, als die Geschütze der Hornet begannen, in die Menge der Gefangenen zu feuern. Nyland! schrie Wyrick. Ihre Nägel bohrten sich in seinen Arm. Ich versuch's ja! rief er schmerzverzerrt zurück. Nahm den Schlauch in die andere Hand und begann daran zu sägen. Morgan hatte sich umgedreht, um auf Kilkenys Männer zu schießen, die sich in den Frachter zurückziehen wollten. Plötzlich gelang es Nyland, den Schlauch durchzuschneiden. Und Hydraulikflüssigkeit verteilte sich überall. Das Fahrwerk der Hornet knickte ein und die Nase der Hornet hätte ihn fast am Kopf getroffen, wenn er nicht zur Seite gesprungen wäre. Laserschüsse trafen das Deck in unmittelbarer Nähe. Und heiße Luft strömte über sie alle hinweg. Da lang! rief Morgan den verbliebenen Männern von Cronach zu. Sie hörten ein Zischen über sich. Und Morgan feuerte aus der Drehung heraus zurück. Der Körper eines Piraten fiel aus dem Cockpit und schlug neben ihnen auf dem Boden auf. Ein blutiges Loch klaffte dort, wo das Auge hätte sein sollen. Morgan packte Y-Rigs Arm, zog sie unter der Hornet hervor und schmiss sie regelrecht auf die Landeplattform. Nyland folgte, rutschte das Landedeck entlang und kam direkt vor dem Control Panel der Landeplattform zum Halt. Eines der koaktialen Geschütze des gepanzerten Frachters war hochgefahren und spie ihnen Laserschüsse entgegen. Nyland schlug mit der Hand auf etwas, wovon er hoffte, dass es die Abwärtstaste war. Der Boden unter ihren Füßen erzitterte. Und ein jägergroßes Quadrat setzte sich in Bewegung. Nyland hörte Wyrick nach Morgan rufen, der mit wenig Erfolg auf den Frachter schoss. Die Plattform bewegte sich deprimierend langsam, aber glücklicherweise sanken sie nach wenigen Sekunden außerhalb des Schussbereichs der koaktialen Geschütze. Im letzten Moment rutschte Morgan über den Rand des Decks und landete neben Kayla und Nyland, während sich die Tore zum Flugdeck schlossen. Puh, nun, sagte er, während er nach oben blickte. Wir müssen wohl einen anderen Weg aus der Station finden.